Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, heute geht es um SepplTV und das packen wir jetzt aus, wenn ich es mit einer Hand kann. Moment, da liegt das Apple TV schon, in schwarz, wie immer. Gleich groß wie das alte, und in Folie verpackt. Und hier ist die Siri Remote, die komplett bearbeitet ist. Einen Moment, ich hole sie aus dem Papier. Hier haben wir das Siri Remote. Hier oben das Clickwheel, das touch sensitive ist. Die Buttons zum leiser und lauter schalten. Sender Wechseln. Eine Settentaste. Zurück auf den Home-Bildschirm ist das hier. Und hier an der Seite ist die Siri Taste, ist gut klickbar. Und einen An und Aus Knopf haben wir auch. Jetzt hole ich das Apple TV raus. Inversiere hier. Ich drehe die Schachtel ganz kurz um. Um euch die Beschreibung zu zeigen. Das Apple TV ist für Apps wie Netflix, Apple TV Plus und die Spiele. Airplay ist verbaut. Mit den Home-Pod Mini und Home-Pod Groß kann man es koppeln. Mit Kopfhörern kann man es benutzen. Jetzt drehe ich es wieder um. Jetzt ist es Plastik her. Oder hier. Hier ist es ein Zelt runter. 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 Hier war nur das Netzkabel drin. Das wird so gut 2 Meter. Oder 3 Meter. Aber das wird reich. Ein schwarzes Netzkabel zum schwarzen Apple TV. Schauen wir ob noch etwas drin ist. Aber ich glaube fast nicht. Da unten ist noch die Anleitung. Ich weiß gar nicht ob bei Apple TV. Bei Apple TV Apple Sticker dabei sind. Werden wir gleich rausfinden. Dann fangen wir die Spiele aus. 2 Apple Sticker es wird also nicht das Zubehör geführt, sondern als original Apple Produkt 2 Apple Sticker das USB Kabel brauche ich sowieso nicht, weil ich noch andere Lightning Kabel habe dann haben wir hier die Siri Remote erklärt könnt ihr lesen und hier die Handfüste von Apple TV erklärt das andere ist der Brunchy-Geld ich mache hier mal den Sticker und den Hinterteil das ist das Im Plotivie ist das Zeit schwarzes grau das sind die Anschlüsse von Meeple TV einen USB-C einen HDMI-Einschluss und der Stromstecker und das ist alles oben das glänzende Apple TV-Burger und der Apple TV in schwarzen matt das war alles zu meinem Video zum Apple TV ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag zu rein es Okay.